So, heute ist Samstag, der 5. Juni, 1.29 Uhr und ja, ich dachte, ich mache einfach mal ein Video, weil ich in den Kommentaren gefragt wurde, wie man irgendwie mit mir in Kontakt treten kann. Und ich habe, eigentlich bin ich ja sowieso jemand, der sehr viel Wert auf Datenschutz legt, jedoch ist meine Privatsphäre ja sowieso durchlöchert. Also die Leute vom BND wissen sowieso alle, was ich tue, von daher, ja, also wir fangen erst mal an. Einmal betreibe ich zwei Telegram, also einmal einen Chat, den habe ich jetzt neu aufgemacht, werde ich auch nochmal die Links in die Beschreibung, in die Kommentare dann packen. Und ja, könnt ihr ja mal reingucken. Genau, t.me slash Adrian Milosevic, das ist mein offizieller Chat, zugehörig zum Kanal anarchistischer Wahrheitskämpfer 2, also das ist da halt mein, mein, ja nicht Chat, also ich kann hier halt so Broadcast senden und meine Abonnenten werden dann halt benachrichtigt, also hier kann man nichts schreiben auf jeden Fall. Und, äh, genau, dann habe ich noch einen Chat, den habe ich dann ein bisschen später aufgemacht. Und, äh, genau, ich werde den Link dazu dann in die Beschreibung auch packen, wie gesagt, und, äh, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, und dann gibt's hier, kann man hier sich die Mitglieder angucken und, äh, ja genau, da kann man hier auf mein Profil drücken. Ich bin jetzt hier in der, äh, PC-Version von, von Telegram drin. Hier seht ihr übrigens meine Telefonnummer, die ist auch öffentlich, die habe ich auch in dem Video, wo ich die CIA angeschrieben habe, ja auch schon veröffentlicht, die habe ich da ja angegeben, also von daher, hier ist meine Telefonnummer, mhm, die werde ich euch auch in die Beschreibung packen. Und, äh, ja, mein Telegram, äh, Telegram-Name ist at Adrian from the family Milosevic. Also ihr könnt mich hier auch suchen, at Adrian from the family Milosevic, und dann habt ihr hier dieses Profil, Adrian aus der Familie Milosevic. Ähm, ja, ich packe euch das dann alles in die, ähm, Beschreibung rein. Genau. Ich muss mal runterscrollen. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Genau. Und nein, ich arbeite übrigens nicht für ein BND, die Gruppe heißt hier einfach nur so. Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ähm. Keine Ahnung. Na ja. So, wie gesagt, also. Ihr könnt mich, äh, hier gerne hinzufügen auf Telegram. Telefonnummer ist auch in der Beschreibung, wenn mich irgendwer anrufen will. Bitte nicht unbedingt um diese Uhrzeiten hier jetzt. Hm. Das muss nicht sein. Ähm. Aber sonst gerne. Es kann auch sein, manchmal, also eine Zeit lang, über Jahre habe ich das so gemacht, dass ich das Handy immer im Flugmodus hatte und nur das so gemacht habe, wenn ich das gebraucht habe oder aus. Also das kann auch sein, wenn ihr mich dann nicht erreicht, dann ist das Handy halt im Flugmodus oder aus. Genau. Genau. Ja. Ich hatte auch eine Zeit lang, ich glaube, ich mache mal, mache auch wieder einen auf, einen englischen Chat gehabt. Ähm. Ich glaube, ich mache gleich nochmal einen englischen Chat auf. Und da werde ich dann auch nochmal einen Link in der Beschreibung packen. Den kann ich gleich, den mache ich gleich auf. Warte jetzt mal ab. So, auf jeden Fall, ähm. Genau. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns im nächsten Video und macht was draus. Äh. Ja, vielleicht konnte ich irgendeinem weiterhelfen oder auch nicht. Keine Ahnung. Schaut mal vorbei und, äh, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.